Alter, Blackstone zu fahren ist ja miesstressig, ist ja alles voll mit Lava. Ja. Du kannst aber auf Höhe 15 gehen. Soll ich das einfach machen? Ey, du kannst auf Höhe 15 gehen und dann diese Höhlen gehen und dann ist da auch öfter Blackstone. Checkst du? Das ist dasselbe wie mit Kies. Ähm, ja. Ja, du meinst quasi die, du meinst quasi die, äh, wo Leute Netherite gefangen haben? Nee, 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 nee. Ja, check. Nein, bist du in der Lava gewesen gerade? Nee, nee, nee. Ah!